So, meine lieben Bayern-Freunde, herzlich willkommen, Grüße aus dem Trentino, vom nördlichen Gardasee-Ufer, aus dem schönen Riva del Garda, hier auf dem Piazza Trenofembre. Das ist Berni und Berni hat seine eigenen Fans mitgebracht, nämlich hinter uns, da sind sie, alle zigtausende, die Bayern-Fans, die hier warten. Die Bayern-Fans, die hier warten, dass unsere Mannschaft gleich mit dem Schiff hier einläuft und dann werden wir sie hier auf der Bühne präsentieren, im schönen Riva, jeden Einzel, Berni freist ihr auch schon drauf, gell? Sensationell, give me five, Alter, okay. Schöne Grüße und wir melden uns natürlich regelmäßig jeden Tag hier live aus dem Trentino, vom Trainingslager unseres FC Bayern. Fürzei, Berni, komm. Ihr wart großartig!